Boulard Musik? Sie haben sicher schon von uns gehört. Und das seit über 40 Jahren. Das ist Alain Boulard. Im Jahr 1979 gründete er mit seiner Frau Josiane Boulard Musik. Zuerst war es eine Akkordeonwerkstatt und ein Akkordeongeschäft. Aber durch den rasanten Erfolg und eure Bedürfnisse wurde das Geschäft immer größer und größer und größer, bis es das hier wurde. Das größte Musikgeschäft der Schweiz. 50.000 Instrumente und Zubehör auf Lager. 2.500 Quadratmeter Erlebnis für Augen und Ohren. Fünf Reparaturwerkstätten. Eine Bühne für Workshops, Masterclasses und Konzerte mit bis zu 300 Plätzen. Heute, und das seit über 10 Jahren, wird das Geschäft von seinem Sohn Alexandre Boulard weitergeführt, der ebenfalls zur Entwicklung des Ladens beigetragen hat. Und dank der Leidenschaft für Musik vereint das Geschäft mehr als 30 Spezialisten, die sich mit Leib und Seele dafür einsetzen, dass sie zufrieden sind. Das ist unser Markenzeichen. Der Service. Ach übrigens, habe ich Ihnen schon von unserem Gitarrenbauer erzählt? Hier bereitet er die neue Gitarre von einem unserer Kunden vor. Und ja, auch das ist Service. Jedes einzelne Ihrer Instrumente wird verwöhnt, bevor es in Ihre Hände gelangt. Das ist es, was uns auszeichnet. Ihre Instrumente werden gestimmt geregelt und auf Ihre Erwartungen abgestimmt, bevor Sie zu Ihren werden. Bei Boulard Musik kümmert man sich um Sie, um Ihre Instrumente. Denn unsere Spezialisten sind nicht nur leidenschaftliche Musikliebhaber, sondern auch erfahrene Musiker, die mit Ihnen Ihre gemeinsame Leidenschaft teilen wollen. Die Musik. Ach ja, und beinahe hätte ich es vergessen. Wir denken auch an unseren Planeten. Willkommen bei Boulard Musik.